Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbo... Ich hab auf Verlassen und zum Hauptmenü gedrückt. Das ist ein guter Schnapp, aber herzlich willkommen zurück zu Kerbo Space Program. Ja, wir sind kurz ins Menü gehoppt. Da seht ihr auch schon wieder ein Dark Multiplayer, mit dem ich zwischendurch Multiplayer-Spiele mache. Aber aktuell habe ich ein anderes Modpack für den Multiplayer. Und ja, Spielstand fortsetzen, let's play, gehen wir mal wieder rein. Diese Folge machen wir aus unserem kleinen, 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 feinen Flugzeug. Ein Space Shuttle. Dafür müssen wir nur herausfinden, wie wir das am schlauesten machen. Wir haben drei starke Antriebe da. Diese können wir verwenden dafür. Ich habe noch keinen Plan genau, wie wir das anstellen wollen. Es wäre das kleinste Space Shuttle überhaupt. Und wir müssten auch irgendwie schauen, dass das funktioniert. Deswegen gehen wir in den Raubschiff, Hangar direkt. Und probieren sie dort aus. Und bauen es dann als Space Shuttle auch um. Alter, das Bild da oben, was da jetzt gerade hängt, ist geil. Ich habe hier oben meine Facecam die ganze Zeit und ich sehe nur so... Aaaaaaah! Richtiger Schrei. Halleluja. So, okay. Wir laden. Öffnen. Wo ist sie denn? Die... Explorer war das, oder? Ja, da ist die Explorer. Geil. So, dieses Schiff. Einfahren natürlich, wenn diese hier auch... Eingefahren. Bremsen. Wir sollten die da hinten aber stärker bremsen. Mit 75%. So. Jetzt drehen wir dich nach oben. Und bauen einen Decoupler dran. Der war hier. Natürlich den großen. Und dann nehmen wir eins meiner neuen Lieblingsteile. Die Procedural Parts. Und zwar hier Liquid Tank. So. Bei denen können wir besser genau das anpassen, was wir wollen. Machen wir einen 2,5 Meter Tank. In der passenden Länge. Gut. Der hat auch genug Zeug drin. Dann machen wir noch einen Procedural Liquid Tank. Und bauen den um mit der Shape. So. Top wird nur... Das ist Top, das ist Bottom eigentlich. Aber okay. Dann muss ich dich einmal umdrehen. Damit Top 0 werden kann. Und Bottom auf 2,5 Meter erhöht werden kann. Dann wird die Length erhöht. So. Schaut ja schon mal ganz gut aus. Dann brauchen wir Liquid Overhaul. Wo ist es denn los? Als ob wir keine Liquid Cable hätten. Jetzt verarscht mich doch mal nicht. Deswegen haben wir bis jetzt keine Space Shuttle-artigen-Tinger gebaut oder was? Als ob wir das blöde Kabel nicht haben. Weil ich jetzt einfach nur wieder falsch... Ich hab mal wieder falsch geguckt. Nicht der... So auf so. Wir drehen das Ganze um. Und haben hier nur 7000 MS drin. Rechnet er irgendwie nicht die Tanks mit gerade? Oder... Was ist hier schief? Ich weiß nicht. Wir machen jetzt mal hier Opening Color UI. Machen den Orange. Einfach weil Anekdote und so, ne? Open Recoloring. So. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir unten vielleicht... Dings dran machen sollten. Doch Antriebe. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Wir nehmen den Tank von hier oben. Drehen den um. Also nach Angaben haben wir immer noch das 1,64-fache an Schub. Angeblich. Dann kommen jetzt... Links und rechts die Thruster hin. Also die... Die Thruster. Die Booster. Das wird ein sehr witziges Space Shuttle. Wisst ihr das? Okay. Wir gehen mal nicht so over the top. Wir nehmen die ein bisschen kleineren hier. Ah, nicht alt. Ich drücke immer automatisch mittlerweile alt, um zum Kopieren. Aber das brauche ich ja gar nicht in dem Fall. So. Aerodynamik. Ein paar Nasen. Die Nase ist zu klein. So. Dann brauchen wir noch ein paar Struts. Klink. Ein Klink. Und dann hätte ich gerne doch noch, ehrlich gesagt, ein paar so Flügelchen hier dran. Weil ich habe bis jetzt mit Space Shuttle nie wirklich so gute Erfahrungen gemacht. Und dann, wenn wir so ein paar halt hätten, fühle ich mich ein bisschen sicherer. So. Dann. Hier. Und. Hier. Oh, das könnte schief laufen. Ich hoffe, das funktioniert. Dann schauen wir uns jetzt mal die Frost-Verhältnisse an. Schubgewicht. Das sollte eigentlich relativ gut passen. Explorer for One. Space Shuttle Version. Das ist die Space Shuttle Version. Die speichern wir jetzt. Wenn das funktioniert, fresse ich ein bisschen. Aber dafür müssen wir nochmal hier schnell unter Live Support. Wenigstens für kurzzeitigen Aufenthalt im Weltraum. Ups, da läuft es nicht mehr raus. Jetzt habe ich hier noch rausgetappt. Ah. Jedes Mal wieder. Kleine Support-Sache mitnehmen. Ansonsten sind wir echt am Arsch am Ende noch. Das wäre jetzt so richtig doof. Ähm. Nochmal speichern. Dann die beiden Thruster hier rein. So. Das schaut aber immer noch sehr, sehr gut aus. Dann würde ich mal sagen, speichern und starten. Das wird so schief laufen. Das wird so schief laufen. Das sage ich euch. Also. Entweder. Wir schaffen es jetzt in dem Weltraum. Oder wir schaffen es nicht. Und wenn wir es im Weltraum schaffen, kommen wir entweder zurück. Oder nicht. Die drei, vier Varianten gibt es. Ich glaube, es ist das erste. Wir schaffen es noch nicht mehr im Weltraum, weil ich irgendwo davor wie ein Kreisel durch die Welt steiere. Wie sonst immer mit meinem, mit meinem, äh, Space Shuttle. Das schaut weird aus. Ich bin dafür, dass wir eine Launch Sequence diesmal nehmen. Settings. Wir nehmen die Körperleistversion. Ich habe gerade einen Fehler im System. mit dem... Hupsala. Wer hat es schon gesehen gehabt, als wir es gestartet haben? Oh, fuck. Warum ist denn das da drin? Du gehörst ja erst da oben hin. Und was bist du? Ach, ich habe das Falsche gerade getan. Oh, Gott. Speichern. Jetzt ergibt es auch alles ein bisschen. Bisschen mehr Sinn. Starten. So. Neuer Versuch. Diesmal ohne Counter, weil ich habe keinen Bock mehr. Hei, hei, hei. Tutel, 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 tutel. Wir sind jetzt auch nur noch zwei Folgen von der großen 100er-Folge entfernt. 100 Folgen Kerbo-Space-Programm auf meinem Kanal. Ich kann es ja irgendwie immer noch nicht glauben. 100 Folgen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 100 Mal irgendeine Mission gemacht. 100 Mal irgendwelche Ideen gehabt. Okay. 3, 2, 1. Als ob das Ding echt abhebt. What? Hallo, wollt ihr mich gerade verarschen? Das gibt es gar nicht. Das Ding fliegt. Was mich interessieren würde... Oh, wir werden hier null Frost haben. Wir werden da null Frost haben. Oh Gott, das wird eine ganz üble Aktion. Vielleicht sollte ich Flüssigtreppstoff-Booster seitlich anbauen, die auch von der Mitte... Knabbern. Weil jetzt solltet ihr sehen, was passiert. Jetzt kann ich höchstens noch irgendwie was versuchen. Was sollst du versuchen zu landen? Ich habe das Ding noch nie versucht zu landen, aber ich denke mal, dass ich es hinkriegen kann. Let's try to land. Wir haben ja ein mega Flugfeld. Oh Gott, der Rest fliegt aufs Kerbel Space Center. Scheiße. Aber hey, wir sind immer in die Luft gekommen. Es ist bloß nicht hochgekommen. Oder es geht alles ins Wasser? Nee, okay, nicht ganz. Es ist genau neben der Stadtbahn gelandet. Fahrwerk ist ausgefahren. Oh fuck, wir haben ja am Ende... Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben am Ende was stehen. Nicht nur, dass wir diese blöden Lampenposten jetzt da haben, die uns wahrscheinlich irgendwie ins Gedankt fallen werden. Soak, soll das eigentlich? Fuck, 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 oh mein Gott, ich fliege noch, ich fliege noch, wir müssen runter, ich habe 2 FPS gerade, what the fuck, ich glaube ich sollte diesen Re-Collision-Mod mal raus haben, der diese Kollisionseffekte macht, ich glaube der ist nicht gut, ich würde sagen, diese Mission ist schief gelaufen und wir ehren unsere Leute, okay, ich glaube wir brauchen größere Booster oder stärkere Booster, die weniger Thrust geben, irgendwas müssen wir hinkriegen, ich will das Ding in die Luft kriegen, also ich will es hoch, ich würde es gerne weit oben sehen, ich kann sie jetzt nicht rein theoretisch auch einfach in 2 Booster reinpacken und nach oben schicken, das funktioniert sicher auch nicht, ja, 6 Tag 101, 330, aber Leute, den, wir versuchen das nochmal in der nächsten Folge, ich hoffe es gefallen, wenn ihr alles mit einem Daumen nach oben da, abonniert ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, also bis dann, ciao!